Und morgen Sonnenschein. Wir haben hier auch noch zwei stehen. Hier stehen noch zwei, die müssen wir noch mitmachen. Im Grunde müssen wir auch mitmachen. Wir haben schon mal einen Start, mit dem einen oder anderen sagen, ob er noch einen Punkt gefahren kann. Wir haben jetzt noch zwölf, und heute sind wir immer zu kräftigen. Da reicht niemand noch die Hälfte, und so will es nicht. Ja, heiße wie er. Schaust du mir jetzt mal ausstochen, oder? Ja, ja, ja. Die sind halt ein bisschen weit. Die Jungs sind ein bisschen grosser, ja. Das ist doch ein schöner, oder? Das ist wie immer so. Also das ist egal. Am besten hoher sind wir immer mehr. Aber der hält ja viel ab. Nein, wir fliehen nicht ab aus Maslow. Der hält ja immer ab. Das ist ja so, oder? Aber das war ich zu groß. Ach so, ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht was. Ja. Wir machen also, wir machen ganz einfach. Wir machen nur ein bisschen Spaß, ein bisschen an der Kurve, ein bisschen mehr. Ja, ansonsten gibt es kein großes Risiko hin, hier brauchen wir auch zu sagen. Ja, klar. Ich kann es ja nur noch auf jeden Fall fahren. Wofür ist es dann? Wofür ist es dann... Wofür ist es dann... Wofür ist es dann... Wofür ist es dann zu hoch. Jetzt... Wofür ist es dann zu hoch. Hä? Ich habe die Scheiben gestreit. Was? Obwohl man hier noch nie etwas aufbehalten hat. Mach nicht! Ach, ohne Ohl! Kein, kein. Kein, kein. Kein, kein. Ja. Warum hab ich ganz zart? Ja, mach ich ganz zart. Ich stehe da mal drin. Richtig, wie da kann man da einiges. Ich hätte das mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020